Nach einer wahren Begebenheit aus einer Stauferstadt im Norden von Baden-Württemberg. Wer ist, der da sitzt im Rathaus-Foyer, vor einer Tasse dampfend heißem Tee? Es ist die Dame vom Empfang, deren Stimme am Telefon immer so freundlich klang. Doch jetzt ist ihr Hals ganz rau und tut weh. Das liegt am Arbeitsplatz im kalten Foyer. 19 Grad maximal sind erlaubt im ganzen Haus. Doch im Erdgeschoss findet das keinen Applaus, denn ständig geht die Tür zur Straße auf und zu und die Temperatur sinkt auf 18, 17 Grad im Nu. Schäfer vom Dienst kennt da kein Erbarmen. Im ersten Stock sitzt er zwar auch nicht so richtig im Warmen, aber 19 Grad im jetzt unterkühlten Foyer würden bedeuten, er sprengte sein Energiebudget. Nein, hier gilt es, hart zu bleiben und mitfühlende Solidarität zu zeigen mit denen, die von den Russen bedrängt, denn von unserem Frieren schließlich deren Sieg abhängt. So sagt es die Regierung und macht es für alle zur Pflicht. Die Dame am Empfang denkt, die sind doch nicht mehr ganz dicht. Die Dame am Empfang denkt, die sind doch nicht mehr ganz dicht.